Rohes Fleisch in Wirklichkeit esst, es macht etwas absurd, aber gut, wann ist Minecraft denn bitte mal nicht absurd. Jetzt kommen Hühnchen. Hühnchen. Ich sehe nur Piggies und kein Chicken, dabei brauche ich Chicken und keine Piggies. Hey, du hast einen echten Schafe. Tja, jetzt habe ich mir aber schon eins gecheatet. Mist. Ahja, man wird es mir verzeihen. Ach, schon wieder der Beat, der mit dem ewig langen Ende. Immer noch keine Chickies. Gehe ich wohl doch mal wieder zum Latest Death. Aber hier habe ich schon alle Chickens ausgelöscht. Mist. Keine Chickens für den lieben Quentin. Doch, ein Chicken noch. Guck, ob das die letzte Feder war, die ich brauche. Aber man weiß es nicht. Zur Not gibt es da auch noch was. Dass ich einfach mal mitgehen lasse. Und raus. Wo ist die Feder? Da ist die Feder. Aha, okay. Keine Ahnung, was du bist. Ich hinterfrag's einfach mal nicht, dass ich das brauche. Was zur Hölle? Oh, das ist nett. Ich werde aber trotzdem erstmal lieber hier noch einen hier fangen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich brauche dich, einfach mal um zu merken, dass ich dich nicht brauche. Gemeinheit Schad Ich habe selber das Zeug drauf. Ich brauche also nicht, die Netze zu wissen. Ich brauche das Zeug drauf, das ist ja immer sehr interessant. Ich brauche das Windshit. Gras. Wenn wir das schon machen, das Obscurus, müssen wir auch noch herausfinden. Heute ist es ja Papier. Nope. Das hatten wir ja schon. Da ist ja nicht alles drauf. Ich bin so blöd. Das geht. Das funktioniert nicht. Probiert. 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 Ich brauche das, aber das ähnliches. Ach guck mal, das ist ja auch noch drauf. Hä, bin ja auch gut. Das ist jetzt ja dringelassen. Richtig edel. Nein. Dann lass dich das bitte ab, weil da man da dringelassen ist. Ja, brav. Hä, Schaf. Okay, weiter weg. Mach's nicht, also Magie ist schon mal nicht klar, das ist gut zu wissen. Was sagt er mit der nette Zettel? There is something about your world that makes you think, please and bees require more research. Also Bäume haben wir, aber Bienen. Was könnte denn dieses komische Bug-Dingens hier sein? Was sagt mir das denn noch alles? Strings zum Beispiel. Okay. Bleiben wir vor, noch eine Biene mehr. Und wenn hier unser Honey kommt. Hm. Bees and Magic. Okay. Ich hätte aber trotzdem lieber einen Zauberstab. Was war denn der noch gleich? Aha. Das heißt, wir gehen jetzt dichter rein und fangen an zu erfolgen. Ja. Schauen wir mal, wie das hier mit steht. Nope. Also Magic auf jeden Fall. Ich war auch klar, dass wir hier einfach mal unsere letzten, gleich gebliebenen Hiss Sharks und verbrauchen sie einfach mal. Okay. Oh, Magic ist gar nicht. Okay. Ich bin in der Office. Jetzt kommt ein bisschen weiter. Ich bin beide. Alles klar. Also. Oh. Fuss. Mh. Ah, was wollte ich jetzt reinschmeißen? Also brauchen wir irgendwas mit diesem Nass-Dings Wart von meinem netten Zeug hat das da noch drauf Nur das Zeug Was bist du denn, Winkelen? Winkelum ist unter anderem auf Amber Enchanted Fabric, Solsense, Strings Caradona Stick, Cobab und Record Wait Strings Spiders Kleine Spiders Spiders Gut, aber wir machen noch erstmal Schluss Beschließe ich jetzt einfach Das geht dann beim nächsten Mal weiter Bis dann, tschüss!